Hey Bros, wo dir geht's mit GTR Online? Wir spielen wieder ein bisschen Canning Stunts. Mit dabei ist wieder der Harald. Hallo. Herr Dominik. Hallo. Und der Yannick. 14! Jawoll! Und ja, Stunt Turbine. Und auf geht's. Wird interessant. Bikes und offline Dinger da, ne? Offroad, heißen die Teile Offroad. Was willst du denn? Ja, Offroad da. Offroad irgendwas. Ich ficke dich. Du wirst gefickt. Ich ficke dich. Du wirst gefickt, Alter. Schau dir meine Tattoos an, Alter. Ich bin kurz, ey. Spannender Krass ist der Offroad. Auf geht's. Auf geht's. Jetzt, jetzt. Oh, einige, einige. Es sind einige unterwegs mit dem Offroad-Ding. Mit Getunten. Die haben alle Getunten. Oder? Haben wir alle Getunten? Ne, ne. Sieht nur so aus. Boom! Auf geht's. Harald, du wirst es bereuen, dass du mit dem Bike gefahren bist. Das ist halt ein großer Nachteil, im Gegensatz zu denen, wenn die dich rammen. Aber sonst... Ne, die können sich umrammen. Au! Au! Fuck! Weggesiebelt. Alter, was war das da denn? Das wollte ich nicht. Fuck, ey. Mann! Ich wollte das gar nicht. Alter, ich seh nichts wegen diesem fetten Auto. Du bist Erster. Ja, mach die Augen auf! Und du bist du Erster, du Arsch! Alter! Oh, Mann! Und ich kann jetzt... Ja, toll. Für mich ist es schon alles gelaufen. Für mich ist alles schon gelaufen. Macht doch nichts. Ha! Mann! Oh, ich bin tot. Perfekter Scheiß-Fehlstart, ihr Wichser. War doch nichts. Janik, du bist schuld. Janik, du bist schuld. Ja, nein! Oh, jetzt hat es mich sogar umgehauen fast. Alter, die Offroad-Dinger sind echt scheiße. Ah! Nee, ich bin an die Turbine gekommen! Leck mich aber an! Hehehe! Mann! Richtig so! Echt so! Alter! Oh, da ist auch einer da dran gekommen. Ich komme von hinten. Hallo, Janik! Oh, danke! Brauchst du dich ein bisschen anschubsen? Ja. Du bist so lahm. Du bist so lahm. Oh, du bist so voll lahm, ey. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Mich hat es zerlegt, ja. Hauptsache, der Dominik ist das Erste der Wichser. Gerade schon, ja. Mann! Läuft gerade mal. Jetzt werde ich wahrscheinlich von der Turbine weggefickt. Nee, Glückwunsch. Irgendwie sind die alle so schnell, ey. Ich habe Janik davor gerettet vor der Turbine. Ja. Die Turbine ist der größte Feind in diesem Level. Oh, ich fahre aus der Map! Oh, Alter! Das war fucking knapp. Das war auch bei mir knapp. Holy shit! Ich wäre fast runtergefallen. Oh, Turbine! Oh, oh! Oh, fuck! Scheiße! Wieso bekomme ich den Checkpoint nicht, wenn ich durchfahre, Junge? Weil behindert bist. Weil du Schweizer bist. Fertig! Genau! Bei dir kommt das alles erst in 10 Jahren an. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, Nick! Du bist vor mir! Ja, hi! Hallo! Na, bitte? Ich werde dich gleich so wegnehmen, du kleiner. Du kleiner Scheißer. Nein, nein, nein! Ich bin ein bisschen gegen die Wand gefahren, ja. Aber nur um dich abzurecken. Er ist ein bisschen gegen die Wand gefahren. Ja, mit dem Kopf. Daniel, was bist du? Was denn? Bist du nervös? Nein! Bist du nervös? Nein! Bist du nervös? Bist du nervös, Janik? Bist du nervös? Ich bin wieder da. Und jetzt bist du weg. Nein! Ah, jo! Ist das schön! Ach, jo! Ach, jo! Oh, shit! Oh, shit! Jawohl, ich bin durchgekommen und die zwei sind hängen geblieben. Ha, ha! Ach ja, ist das schön! Es ist so schön, wenn der Janik irgendwie von der Map fliegt. Ich weiß nicht warum. Aua! Ich bin dem schief! Tessa Marsch, ey! Tessa Marsch! Achtung! Einer hat einen Start, sabotiert die anderen. Okay. Und so ne übelste Missgeburt? Ja, Missgeburt! Schnell's bestimmt, Daniel. Nein, ich fahr regulär. Wie er heißt da? Ja. Ich fahr ganz normal. Ach so. Regular. Weil ich schon ein cooler Mensch bin. Du ist ein cooler Mensch. Ja. Daniel, der coolte Mensch. Wo? Der ist schon weg. Oh, Dominik ist nicht mehr erster. Haha! Nee, schon länger nicht mehr jetzt. Du kannst auch nichts. Nee, ich komm irgendwie nicht mehr hinterher. Warum denn? Ich hab doch Gas. Genau. Oh, jetzt bin ich zweiter. Vertauschst du Gas mit Bremse? Nee, ich vertausch Kupplung mit. Ich komm sowieso nicht mehr hinterher. Ich bin hier siebter und bleib auch siebter. Ich komm zu den ersten. Wirkstens war ich noch sehr... Alter! Ey, das Offroad-Ding ist ja so scheiße. Du fährst um die Kurve und überrollst dich einfach. Alter, wieso ist das so schnell? Ich komm nicht hinterher. Scheiß, ey. Mal versuchen wir hier aus der Ego-Perspektive zu fahren. Vielleicht ist das ein bisschen cooler. Nee. Ja doch, mit diesen Dingen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja doch, das geht. Außer hier, wenn man so springt. Das ist dann ein bisschen Kacke. Du hast immer so ein bisschen Angst, weil du nicht siehst, wo du landest. Alter, drängt mich weg, der Wichser. Uuuuund... Ich bin direkt hinter euch. Glück gehabt. Welchen Platz seid ihr? Ich bin schon wieder gegen diese Turbine gefahren. Ohne Spaß! Du kannst halt nix. Harald, du überholst mich jetzt nicht, gell? Ja, nix, ne kleine Futsche. 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 Ich hasse kein Fahren. Du Wichser. Ich weiß es nicht. Du Wichser. Jetzt hat mich so ein Arschloch mit Bike überholt. Irgendwie so ne Blondine. Verpiss dich! Offenlich lande ich auf die... Ne, doch nicht. Ich lande auf die Dauflin und auf die Dauflin. Boah! War das knapp. Jetzt hat er mich überholt. Jetzt vielleicht. Ey, was will denn die? Hallo, du willst mich wegdrängen? Ich bin ein Off-Roader und um bist ein Bike. Bist behindert im Kopf. Warum funktioniert das? Warum funktioniert das? Warum kann ich mich mit dem Bike wegdrängen? Jetzt hab ich die weggecheckt. Hab die weggecheckt. Das ist schön. Du Hund! Du Hund! Ohhhh! Mann ey! Okay, ich hätte echt den Fahrrad nehmen sollen. Hab ich ihn! Jawoll! So, jetzt noch den ersten. Ich hätte ein Bike nehmen sollen. Quack, 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 quack. Ja, was fährst du aus so'n Scheißding? Ja, das ist cool. Die sind groß. Ja, das ist viel zu... Ja, nur weil die groß sind. Ja. Musst du wieder was kompensieren, oder was? Es kommt nicht auf die Größe an. Ja, das sagt... Es kommt nicht auf die Größe an. Das sagen immer die, was einen Mikropenis haben, Dominik. Es kommt auf die Technik an. Nein. Doch, doch. Größe ist auch wichtig. Ja, auch. Zum Teil. Aber jetzt nicht hier. Ja, jetzt weiter. Oh, oh! Bin ich jetzt noch dritter? Nein, du bist draußen. Ich spür nix, Harald. Ist er noch drinnen? Ich gewin die Runde eh nicht. Janik, was tust du da? Ich fahr jetzt rückwärts, rückwärts im Arsch. Seid ihr alle schon ins Ziel gefahren, oder was? Ja. Ja, jetzt bin ich ins Ziel gekommen. Als siebter. Ich fahr rückwärts. Rückwärts im Arsch. Das war nix Gutes. Das geht besser. Janik muss fahren. Wir fahren. Auf jeden Fall. Ja. Du musst dich langsam vorarbeiten, sonst kommt das ein Idiot. Ja, ja. Was macht denn der? Alter, du bist so behindert. Langsam und still. Ich habe behinderte Menschen gesehen. Aber Janik... Er übertrifft alles. Er übertrifft alles. Also Janik war ein guter Anstandsleiter. Ja. Danke. Selber einsperren. Meich, meich, meich. Oh, fast der Bluff. Er tritt alles mit dem Daumen runter, ne? Nur weil du nicht fahren kannst, Janik. Nee, nee. Die Map ist scheiße. Kann die Map nix dafür? Ja, ja. Einmal ist die Map scheiße. Und was nehmen wir denn? Hier. Das ist Bucci. Das ist neu. Oder? Ja, ich hab's nur nicht. Ich hab's auch nicht. Ja, Harald. Boah, der war ich. War doch nicht ich. War's nicht du? Der war so männlich. Der hätte ja nicht von Janik kommen können. Eben. Der war so männlich. Das ist immer von Janik nicht gewöhnt, dass da irgendwas Männliches rausraut. Bei mir kommt immer noch der Teufel mit raus. Also, das hört man schon. Jawel. Der war schön bei deinem. Ja, der war wunderschön. Und jetzt gibt's ein neues, neue Map. Oh, Leute. Oh, ich bin Horst. Jawohl. Oh, du bist Horst. Du bist Horst. Ja, super. Super. Okay, das war sehr erotisch. Aha, der war Horst. Au. Ich hab mein Finger am Gehange. Mach's das aus. Super Sportwagen. Super. Mach kein eigenes Fahrzeug, ja. Ja, wie schön aus. Sehr schön. Brav. Sehr gut. Besser. So, was nehmen wir denn für Autos? Oh, das sind ja mal richtig, richtig, richtig sexy Dinger. Oh, ja. Das sind ja mal sexy Dinger, du. Oh, ja. Hm, was nehm ich denn? Alter, das sieht ja geil aus. Ich nehm den FMJ in Lila. Da überlege ich auch gerade. Ich nehm den auch, aber nicht in Lila. Ich nehm den in Lila. Helllila, der sieht schön aus. Ich nehm den in einer männlichen Farbe. Gelb, so. Gelb. Ich nehm den in Kack, Frauen. Jawohl. Ja, das passt zu dir. So. Kann man eigentlich bei Rockstar Namen ändern? Hm. Ich weiß nicht. Nee, kennst du nicht. Nee, ich glaub nicht. Das kostet, glaub ich. Echt jetzt? Bin mir nicht sicher, aber ich glaub ja. Nee, doch. Bei Rockstar geht's. Was war denn das, was es gekostet hat? Irgendwas, was es gekostet hat? I don't know. War das nicht bei YouPlay? Nee, YouPlay geht. Nee, ich glaub bei Microsoft ging das nicht. Wenn du Xbox verknippst. Ah, Microsoft kostet Geld. Stimmt. Auf geht's. Ah, Mann. Ich hab den Start wieder verkackt, ey. Man muss erst später Gas geben. Ich vergesse das immer. Egal, warum ich halt von hinten das fällt auf. Paschtu. Ich hasse Rennen. Oh, da ist jemand raus. Haha, war das da? War das da? Ja, dreht er sich einfach wieder. Ich hasse Rennen. Boah, Alter. Du bist einfach so schnell weggefickt. Aber du nix kannst, du Kleiner. Ich kann was. Aber wenn mich jemand wächst. Du kannst es nicht. So ein dreckiger Neger. Dann kriegst du einen Wichser dafür. Oh, viel Spaß. Ich war einfach nur schwarz. Oh, viel Spaß. Ausschaffen die Scheiße. Oh, ey, 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 ey. Da hat mich fast einer getreten. Wichser. Alter, der scheiß Rassist, gell? Ja, aber echt, ey. Meine Fresse, Mann. Janis. Beleidigt der hier einfach den als Neger. Ich glaub, der spinnt auch langsam. Ja, aber wirklich, Janik. Du kannst das sowas nicht machen. Das kann man nicht machen. Nee. Uh, da ist jemand rausgefallen. Wer ist denn da vorne? Seid ihr das? Nee. Nö, ich bin auf Platz 5. Wow. Ich bin 4. Springt da einfach raus. Halt die Fresse, Dominik. Halt die Fresse, Dominik. Ohne Spaß, du Dreckiger. Weißt du, er sagt, dass er was kann. Aber irgendwie hab ich im Kopf, dass wir jedes Mal... Oh, da vorne wurde auch grad gefickt. Heilige Scheiße. Ich hab im Kopf, dass wir jedes Mal, wo wir GTA gespielt haben, der Janik immer das Schlechteste war. Ja, komisch, gell? Irgendwie jedes Mal, ne? Also der Beste im Spiel ist sowieso immer noch Michael. Kann man nicht, kann man nicht leugnen. Nee. Dazu, wenn ich mit uns mitgemacht... Wen hab ich denn da grad überholt? Waaah. Fuck. Uh, da kommt ihr. Ich bin 2. Schön. Ich weiß. Ich bin auch schön. Danke, Dominik. Ich weiß, dass ich schön bin. Boah, dann kloppt ihr euch da. Ihr pisst dich, Alter. Weiter, weiter. Hat er runtergefallen? Ah, schade. Warte, das Auto lässt sich so scheiße verlenken. Ja, ne. Was? Das ist FMJ? Das ist so eine Heckschleuder. Nee, das geht voll geil. Sicher, dass es am Auto liegt. Ich glaub nicht. Oh, scheiße. Nee, passt gut. Ich hab gedacht, ich wär jetzt fast sausgesprungen. Hauptsache mal irgendwas gesagt, ne? Ja. Also ich mag FMJ. Ist gut. Der ist gut, gell? Der ist gut. Der ist ja cooles Auto. Ich glaub, Yannick hast hier alle Fahrzeuge und alle Maps. Und immer sind die Fahrzeuge und die Maps schuld. Ich hasse dich. Ja, dich hasse ich sowieso auch. Und. 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 Läuft. Erfolgsquote. Ich glaub, bei Yannick ist es schon ein Erfolg, wenn er mal nicht letzter wird. Das ist doch scheiße. Das Lebensstil eines Schweizers. Einmal nicht letzter zu sein. Und irgendwas. Ja, das hat DJ Bobo auch gedacht. Du siehst ja, aus DJ Bobo ist was geworden, Yannick. Sag mal ganz ehrlich, was macht der Typ überhaupt noch? Der ist doch bestimmt in Rente und äh, keine Ahnung, spielt mit seinem Geld oder so. Wer weiß. Mir fällt da irgendwie überhaupt kein Lied mehr ein von dem. Boah. Juhu. Juhu. Kennt ihr mal ein Lied von ihm? DJ Bobo, kennt ihr mal ein Lied von DJ Bobo? Grad nicht. Fack den Schweizer, der müsste alle wissen. Äh, er ist ja nicht, Digga Schweizer. Ja. Alter, du hast drei Runden eingestellt, was ist denn da los? Ja. Ich bin mehr Schweizer als... Als jeder andere Schweizer. Aber da unten ist schon lang, du. Mit der Harald, mit der Max halt, ne? Richtig. Ich mag's ordentlich lang. Mhm. Dann solltest du mit Dominik nichts zu tun haben. Ich kann eigentlich auch nicht. Daniel, geh ich schon aus dem Weg. Ich kann nicht Auto fahren. Ja, du bist auch blond. Deswegen war's auch kein Führerschein. Du bist auch blond, Janik. Ich bin nicht blond. Du bist blond. Ich bin nicht blond. Du bist blond. Doch, du bist blond. Du bist doof. Du bist doof. So wie du auch immer hier drum meckerst, dass alles scheiße ist, bist du locker ne Blondine. Bist du ja doch auch. Ja. Janik ist unser Blondie. Oh, er hat Selbstmord begangen. Schön, Janik. Immerhin kannst du das. Kann auch nicht jeder. Wenigstens. Wenigstens. Diese Stille. Ganz chillige Musik. Diese Stille. Fährst du wieder rückwärts, oder was? Nee, noch nicht. Noch nicht, nee. Noch hat er Hoffnung, so ein bisschen. So einen kleinen Funken Hoffnung hat er noch. Also irgendwie sieht es so aus, als ob ich Zweiter bleibe. Ich werde höchstens noch Dritter, wenn ich Scheiße baue. Ja. Ich habe Windschatten extra ausgestellt. Erster werde ich nicht mehr. Ja, Windschatten ist echt nervig. Das hast du gut gemacht. Nee, Windschatten ist geil. Nee, ich finde das unfair, Windschatten. Aber Überholen ist immer noch da, aber das bringt eigentlich fast gar nichts. Finde ich eh gut so. Aber Windschatten ist irgendwie keine Ahnung. Er ist so ewig weit hinter dir und dann überholt er dich so voll schnell. Ja. Ja. Obwohl das bringt auch Action irgendwie, ne? Mit Windschatten. Eben. Hat man ja gesehen. Bei der Bikerrunde. Ja. Merkt schon, reich ist es auf jeden Fall. Abdecksel. Nee, mach mal lieber an, nix jetzt mal. Dann gibt es halt ein bisschen mehr Gedränge. Nee. Oh ja, mehr Gangbang. Hammer. Nein, die ist schon wieder runtergefallen. Aha. Bist du wieder runtergefallen, Dominik? Nein. Was macht ihr denn? Ihr könnt ja gar nichts. Guck mal diese Noobs, Alter. Schlimm. Also wenn es darum ginge, runterzufallen, dann würdet ihr, glaube ich, Erster sein. Ja, locker. Erster Janik, dann direkt dahinter der Dominik. Alter. Mann. Ich will Erster. Schön. Aber ich krieg den nicht. Bin ich jetzt eigentlich siebter? Bist du runtergekriegter? Ich krieg den einfach nicht. Was? Bist du Harald? Sechs. Achso, du bist Sechster. Ja, einer vor mir ist, oder einer vor uns ist ab. Naja, hab's gemerkt. Ich krieg den nicht. Der scheint mir immer schneller und schneller zu werden, der Wichse. Wie macht denn der das? Der hat einen geheimen Windschatten. Hat er sich gekauft. Ich glaube, der fährt der Besserung gekauft. Boah, Alter. Tut er auch. Da, wo ich Spreiberse gibt, da voll Gas. Aha. Oder hat, glaube ich, besser das Auto. Vielleicht tun wir ja ein Lenkrad. Geht das? Kann man GTA mit Lenkrad spielen? Ja, kannst du. Kann man, ja. Also ich meine, wenn du schon Counter-Strike mit Lenkrad spielen kannst... Ja, Yannick spielt auch alles mit Lenkrad. Ja, Yannick spielt auch alles mit Lenkrad. Ja, Yannick spielt auch WoW mit Lenkrad. Ja, ich spiel auch COD mit Lenkrad und Battlefield. Fuck, 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 fuck. Nein! Oh, Dominik! Das war knapp, das war knapp. Wie ist denn das, wie das passiert, woher bist du gestorben? Ich war nach links geflogen. Hast du Looping gemacht? Nee, ich bin ein Stück weit nach links geflogen, dann war er nicht mehr ganz auf der Straße. Und ich sag auch Looping, ich hab gedacht, du weißt, was ich meine, diese Saltos, ne? Ja, Looping, überstark. Ja, ich schütte da ein bisschen eine Scheiße. 360, was auch immer. Glowscope. Glowscope, 360, 720, 1080. Ficken, Bumsen, Blasen. Ja, genau. Ja, ist doch gut, ja. Ja, schlägt's mal. Ja, super, ja. Ja, Yannick. Ja. Ja, super. Oh, ja. Ja, ja. Aber nur nach dem Toilettengang. Naja, ja, ja. Nicht geschoben. Aber ich, äh, wisch mir nicht den Arsch ab. No, no. Braucht man ja auch was davon hat. Ja, nur wenn's Durchfall gab, ne? Uuuuh. Ich kann dir da auch ins Gesicht schwurzen, Yannick. Schwurzen? Schwurzen. Schwurzen? Ja, das ist scheißen und schwurzen gleichzeitig. Schwurzen. Ja, schwurzen. Schwurzen. Pack. Stehst du drauf, Yannick? Nee. Ach komm, gibst du, du bist so ein kleiner Asiater, der sowas steht. Nur mittwochs. Nur mittwochs. Ach so. Ja, da kann ich leider nicht mittwochs. Nach dem Taco-Dienstleib, oder was? Genau. Genau, nach Taco-Dienstleib. Nein! 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 Haha. Alter! Okay, Gott sei Dank ist keiner näher hinter mir gewesen. Oh, ich bin einfach grad voll gegen so ne Säule. Ich bin da für ein paar Sekunden geblieben, ey. Scheiße. Ich glaub's nicht. Aber ich bin Zweiter! Ich bin Dreda! Ihr Fotzen! Ich bin Letzter eigentlich nicht. Ihr seid so ekelhaft. So, fertig. Hey, der Yannick fährt ja nun mal. Wer ist denn Letzter eigentlich? Yannick ist nicht Letzter? Nicht. Eigentlich würd ich sagen, dass er Letzter ist. Ist er gar nicht, ne? Yannick, bist du gar nicht Letzter? Ich bin Letzter. Ich bin Letzter. Okay, dann ist ja doch alles so wie sein soll. Dann ist das ja alles richtig. Super. Als Letzter und Erster von hinten. Ja, das mag er ja. Guck, was du für Scheiße brauchst. Komm runter, dass du nichts kannst. Guck. Das war wahrscheinlich nicht mehr gewollt von dir. Rückwärts einparken. Gut, Leute. Das war wieder mal ne Runde GTA. Gar nix. Stunz. Schreibt in den Kommentaren. Hashtag der Yannick ist zu blöd für alles. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut bei den anderen Jungs vorbei. Und könnt ihr auch jetzt gerne die Videos hier noch reinziehen, wenn ihr Bock haben solltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jungs, ihr habt das letzte Wort. Ficken. Immer anschnallen. Wunderbar. Penis waschen. Das gehört sich auch nicht. INTIS